Jetzt noch eine Frage, die an mich gerichtet ist. Hier fragt Frau P. Sie hat gehört, dass man das Guthaben aus einem Riester-Vertrag im Todesfall nicht auf den Ehepartner übertragen kann. Frau P., das ist nicht richtig. Das ist gesetzlich so vorgeschrieben. Das will der Gesetzgeber. Sie haben auch ein bisschen recht, weil die Zertifizierungsstellen ein kleines Problem haben. Die sind nämlich technisch nicht in der Lage, das praktisch durchzuführen. Das ändert aber nichts an dem gesetzlichen Anspruch. Das heißt, diese Übertragung wird stattfinden. Sollten Ihnen dadurch Kosten entstehen? Weil logischerweise, wenn Sie das in einem Versicherungsvertrag haben, wenn Sie den Vertrag von Ihrem Mann, der verstorben ist, noch weiter laufen lassen müssen, weil die Übertragung nicht passiert, dann werden natürlich auch Kosten eingebucht. Dann bitte einfach mal mit der Gesellschaft reden, ob man da auf Kulanzbasis eine Regelung treffen kann. Laut Aussage der Zertifizierungsstelle soll das dann ab 2014 funktionieren. Aber grundsätzlich ist das vom Gesetzgeber gesetzlich geregelt. Man kommt halt einfach nur mit der Menge von Anfragen nicht hinterher und deswegen ist man da technisch ein bisschen überfordert. Aber grundsätzlich geht das.